Auch in diesem Jahr beteiligt sich Magdeburg wieder an der Aktion Stadtradeln. Den bundesweiten Wettbewerb organisiert das Klimabündnis, dessen Mitglied die Landeshauptstadt seit 1993 ist. Vom 27. Mai bis 16. Juni heißt es wieder Radeln für ein gutes Klima. Interessierte können sich bis zum letzten Aktionstag unter www.stadtradeln.de slash magdeburg registrieren und ein Team gründen oder einem Team beitreten. Das, um Kilometer für die Landeshauptstadt Magdeburg zu sammeln. Auch über die Stadtradeln-App, erhältlich in den gängigen App-Stores, ist ein Anmeldung möglich. Beim Wettbewerb Stadtradeln sollen an insgesamt 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer zählt. Dies gilt insbesondere auch für jene, die im Alltag viele Kilometer mit dem Pkw zurücklegen und als Alternative das Fahrrad nutzen möchten. Magdeburg zeichnet die besten RadlerInnen in drei Kategorien aus. Personen mit der größten Gesamtdistanz, Teams mit der größten Gesamtdistanz und die Teams mit der größten durchschnittlichen Distanz pro Person. Aufgrund der überragenden Resonanz in den vergangenen vier Jahren zeichnet die Stadt zusätzlich die Schulen mit der größten Gesamtdistanz in einer gesonderten Gruppe aus. Das Klimabündnis prämiert in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunen Deutschlands. Die zurückgelegten Kilometer können sowohl über die Stadtradeln-App als auch über die Internetseite www.stadtradeln.de Die Teilnahme ist kostenfrei.